Herzlich Willkommen im Stadelzelt auf dem Weihnachtsmarkt in Dammstadt vor dem Weisenturm. Ein Herzlich Willkommen zu all von dem Imbissbetrieb, Salm, während der Weihnachtsmarkt in Dammstadt vor dem Weisenturm. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020